Ja, moin! Und so schnell sieht man sich wieder. Wir haben vorhin ja schon über Nico Legert, Thorsten Legert und das Management von Nico Legert gesprochen. Jetzt wollen wir uns auch noch Sarahs Fragerunde anschauen zur 10. Folge, damit wir alles schön zusammen haben und auf dem aktuellsten Stand sind. Wenn auch du nichts mehr verpassen möchtest, was in unserer geliebten Trash-Welt so abgeht, vor allem auf Insta abseits der Show, dann abonnieren doch sehr gerne den Kanal, denn dann wirst du immer auf dem aktuellen Stand sein. Und falls dir das Video gefällt, hinterlass doch gerne einen Like und einen Kommentar. Wenn du nicht gerne schreibst, wenn du deine Meinung einfach nicht mitteilen möchtest, dann poste doch gerne einfach ein Herz, eine Sonne, irgendwas in die Kommentare, um mir zu zeigen, dass du mich trotzdem supporten möchtest und dass es dir gefallen hat. Und jetzt legen wir los mit Sarahs Fragerunde. Sarah wurde gefragt, wolltest du mit Temptation Island testen, ob er dich auch betrügt oder eher andere grenzen? Und Sarah sagt dazu, allgemein, also ich bin vor Temptation Island nicht davon ausgegangen, dass er untreu ist, aber es war für mich eine Chance, diesbezüglich Gewissheit zu bekommen. Ja, Gott sei Dank, ich kann es ja nur immer wieder sagen, es ist so wie bei Michelle und Mark Robin. Michelle hätte ja auch eigentlich nicht gedacht, dass Mark Robin untreu werden würde. Sie wusste, dass er früher mal ein F-Boy war, aber dachte, er ist es nicht mehr. Und Michelle war ja noch deutlich länger mit Mark Robin zusammen als hier Sarah mit Nico, denn Michelle und Mark Robin waren sechs Jahre zusammen und Sarah und Nico zwei, zweieinhalb Jahre. Aber wie gesagt, natürlich ist diese Erfahrung richtig, richtig scheiße, tut weh, ist nicht schön, gönne ich auch keinem, aber lieber ein Schrecken ohne, ah, wer hat das nochmal gesagt? Lieber ein Schrecken ohne Ende als ein Schreck? Nein, lieber ein Ende mit Schrecken, genau. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schreck. Nein, Spaß beiseite. Natürlich weiß ich, dass es lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende heißt. Das Zitat von vorhin, das stimmt, stammt auch wieder aus einer unserer Trash-TV-Shows. Wo war das? Bei BB? Wisst ihr das noch? Ich glaube, das war mal bei Big Brother, oder? Also bei Promi BB. Naja, ist aber auch egal. Auf jeden Fall weiß Sarah jetzt immerhin, was da passiert ist. Und dadurch, dass die beiden jetzt in der Öffentlichkeit waren, wurde sie ja sogar von einem Mädchen kontaktiert und hat ein Beweisvideo zugeschickt bekommen, dass Nico sie auch vorher schon betrogen hat. Auf einem Festival, weil Nico da versucht hat, eine andere Frau zu küssen. Also, klar, scheiß Erfahrung, im Endeffekt aber nur gewonnen. Nächste Frage. Wie war dein Verhältnis zu Nicos Familie vor Temptation Island? Sarah sagt, vor Temptation Island hatte weder Nico noch ich Kontakt zu seiner Familie. Die Gründe dafür erfahrt ihr genauer nach Beendigung der Show. Darauf bin ich so gespannt. Das interessiert mich total. Also ja, das wussten wir ja schon, dass Nico und seine Familie ungefähr keinen Kontakt hatten. Also während der Beziehung mit Sarah kam da der Kontaktabbruch. Und Nico Legat mag Sarah anscheinend auch nicht. Zumindest hat er, wie gesagt, ihr Foto schon mal zensiert in seiner Story und extra Fotos von Siria gepostet und sowas. Also Nico scheint, ach ähm, Thorsten scheint ein großes Problem mit Sarah zu haben. Warum? Ja, das möchte ich gerne wissen. Nächste Frage. Hat sich Nico danach bei dir entschuldigt? Und sie sagt, diese Frage interessiert euch mit am meisten. In wenigen Wochen werdet ihr das in der Wiedersehen-Show erfahren. Ähm, ja. Also erfahrungsgemäß wird die Wiedersehen-Show ja schon recht früh, leider Gottes, bei den Normalos gedreht. Also bei Gloria, Nico, Mark Robin und so war es eben so, dass die Wiedersehen-Show leider Gottes schon ungefähr ein halbes Jahr vor dem Ende der Ausstrahlung gedreht wurde. Und die Leute da am liebsten noch eine neue Wiedersehen-Show gedreht hätten. Ich vermute jetzt einfach mal nein, weil sie in dem RTL-Interview gesagt hat, dass er bis heute keine Reue gezeigt hat. Klar, kann das was anderes sein, ob man jetzt sagt Entschuldigung oder ob man Reue zeigt. Aber da sie meinte, dass er keine Reue gezeigt hat, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er sich auch nicht entschuldigt hat. Oder was denkt ihr? Nächste Frage, wusstest du vorher, dass er in der Villa so getan hat, als wäre nichts passiert? Und Sarah sagt dazu, nee, das habe ich tatsächlich erst jetzt bei Ausstrahlung so wahrgenommen. Das ist krass, ne? Ja. Stimmt, die wusste gar nicht, was da abgelaufen ist. Die hatten danach ja auch gar keinen Kontakt mehr. Zumindest kam das jetzt so rüber. Er hat ja seine Sachen abgeholt. Und dann haben die beiden, glaube ich, gar keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Ja, kommt darauf an, ob sie mit irgendwelchen Verführerinnen Kontakt hatte, die ihr das dann erzählt haben. Aber sonst, ja, da hat sie einiges gesehen, was neu für sie ist. Nächste Frage, hat Syria sich bei dir entschuldigt oder habt ihr euch mal ausgesprochen? Und Sarah sagt dazu, beides nein, wir hatten nie Kontakt. Ja. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn die beiden mal geredet hätten. Ich glaube, da hätte man viel schon mal aus dem Weg räumen können und viel sich schon mal gegenseitig updaten können. Vor allem Syria in Saras Richtung. Hätte ich ganz cool gefunden, wenn die beiden mal miteinander gesprochen hätten und Syria Sarah schon von vornherein erzählt hätte, wie das alles so genau abgelaufen ist. Und Sarah das jetzt nicht alles nach einem Jahr erst erfahren muss, wie es denn eigentlich war dann in der Villa. Das würde mich tatsächlich jetzt mal interessieren. Denn findet ihr, Syria hätte mit Sarah Kontakt aufbauen sollen oder andersrum, Sarah zu Syria? Oder findet ihr das richtig und gut so, dass die beiden gar keinen Kontakt miteinander hatten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Denn ich finde schon, wie gesagt, dass es gut gewesen wäre, wenn die beiden miteinander gesprochen hätten. Aber wer da jetzt den ersten Schritt hätte gehen sollen, bin ich mir nicht so sicher. Müsst ihr mir mal sagen. So, die nächste Frage ist sehr, sehr interessant. Und zwar sagt jemand, wart ihr nicht dabei, ein Haus zu bauen? Und Sarah sagt, nein. Das Gerede von Hausbau von ihm ist genauso Quatsch wie alles andere. Natürlich schmiedet man in einer ernsten Beziehung auch Zukunftspläne und da kam das Thema von einem Eigenheim öfters auf. Aber zu einer Umsetzung oder so kam es nie. Also, ganz am Anfang erinnert ihr euch, dass es da ja ganz viele Vorwürfe gab, dass alle Paare Fake seien, unter anderem auch Sarah und Nico. Und einigen Leuten ist da aufgefallen, dass Sarah und Nico im Interview, also in dieser Vorstellungsmatz gesagt haben, dass sie ein Haus bauen möchten. Irgendwie nächstes Jahr oder so, keine Ahnung. Und dann war Nico in der Villa und hat den Verführerin erzählt, dass sie gerade dabei sind, ein Haus zu bauen. Und deswegen haben einige Leute gedacht, das ist Fake zwischen den beiden, weil Nico halt einmal gesagt hat, sie planen nächstes Jahr oder so, also in Zukunft ein Haus zu bauen. Und in der Villa hat er dann gesagt, die sind gerade dabei, ein Haus zu bauen. Wenn er sich das ausgedacht hat, dann ergibt das natürlich Sinn, dass er sich vielleicht irgendwie profilieren wollte. Es gibt ja so Leute, die gerne... So nach außen so tun, als hätten sie dies und hätten sie das, wenn sie das eigentlich gar nicht haben und sich darüber so ein bisschen, ja, wie gesagt, profilieren. Ja, das wird dann vielleicht Sinn ergeben. Nächste Frage. Bist du jetzt ein Jahr nach dem Dreh glücklich generell im Leben? Und Sarah sagt, generell im Leben ganz klar. Ja, das ist ja schon mal gut. Aber im Moment, das alles nochmal durchleben zu müssen, ist wirklich sehr hart. Hätte nicht gedacht, dass es mich nochmal so mitnimmt. Ja, ich glaube, dazu kommt auch, dass sie so viel gesehen hat, was sie gar nicht wusste. Also wirklich diese Dreistigkeit, weil klar, sie hat gesehen, dass Nico sie betrogen hat. Aber sie kannte ja auch nur diese ganz kurzen Clips. Und wir haben ja dann mit ihr zusammen quasi die ganze Folge gesehen. Haben gesehen, wie sich das aufgebaut hat, wie das dazu gekommen ist, wie oft das war. Wie Nicos Verhalten am nächsten Tag war, in den Interviews, zu Syria, zu den anderen Jungs. Das hat Sarah ja alles gar nicht gesehen. Auch eine sehr gute Frage. Wann, denkst du, hat Nico die Beziehung aufgegeben? Erst wollte er ja alles vertuschen. Sarah sagt, ich weiß es nicht. Ich glaube aber spätestens, nachdem ihm bewusst war, dass alles aufgeflogen ist. Warum sollte man es halt sonst versuchen, bis zu dem Punkt zu vertuschen? Aber denk mal weiter. Angenommen, es wäre wirklich nicht rausgekommen, er hätte damit diesem Gewissen leben können. Ja, ich glaube, damit hat Nico tatsächlich kein Problem, weil wir ja wissen, dass er seine Ex-Freundin auch schon betrogen hat. Und mittlerweile ist ja auch rausgekommen, dass er Sarah auch schon betrogen hat, vor Temptation Island. Oder es zumindest versucht hat. Und da scheint er nicht wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben. Also das erinnert mich so ein bisschen an den Max von Make Love Fake Love. Könnt ihr euch daran erinnern? Der auch im Interview saß und gesagt hat, schlechtes Gewissen, sowas habe ich gar nicht. Ja, scheint bei Nico so ähnlich zu sein, dass er überhaupt kein schlechtes Gewissen hat. Nichtsdestotrotz ist Nico entweder wirklich, wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte, weil ich immer wieder an diese Szene zurückdenken muss, als er eben nüchtern draußen stand am helllichten Tag mit Mikro an und gesagt hat, ich freue mich nachher auf die heiße Dusche. Und das war für mich eigentlich so das Zeichen, dass er ganz genau weiß, was er macht und dass er ganz genau weiß, wie das auch ankommt. Denn nicht mal ein Nico kann wirklich denken, dass diesen Code keiner versteht, oder? Jemand fragt Sarah, meinst du, du kannst dich nochmal auf jemanden einlassen und vertrauen? Sarah sagt, ja, jeder Topf hat auch einen Deckel, das wissen wir doch sehr gut, sehr schön. Es gibt natürlich auch viele Leute, die deswegen Vertrauensprobleme bekommen und die das wirklich auf Dauer oder auf viele Jahre zumindest prägt. Ist vielleicht bei Sarah auch so, aber sie bleibt zumindest positiv und lässt sich davon nicht allzu sehr runterziehen, beziehungsweise verliert nicht ihren Glauben an die wahre Liebe dadurch. Das ist schon mal gut und das Wichtigste. Letzte Frage, wie war es für dich zu sehen, dass sie nicht nur einmal, sondern zweimal Sex hatten? Und Sarah sagt, es waren sogar dreimal. Und daher war es noch nichtmals mehr ein Ausrutscher, was es natürlich auch nicht viel besser gemacht hätte, aber an Dreistigkeit einfach nicht mehr zu übertreffen. Ja, ich sehe das genauso. Also ich glaube, wirklich mit jemandem zu schlafen, das kann gar nicht wirklich ein Ausrutscher sein. Vielleicht küssen. Das kann vielleicht ein Ausrutscher sein. So, hups, wie ist das denn jetzt passiert? Und sofort abbrechen und so, okay. Aber dass es wirklich dazu kommt, dass man mit jemandem schläft, da hat man ja wirklich so viel Zeit, bis es überhaupt zu diesem Punkt kommt, wo man dann nackig ist. Und ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber ja, deswegen Ausrutscher auch total scheiße, aber generell mit jemandem zu schlafen und dann auch noch mehrere Male an verschiedenen Tagen nüchtern zu reflektieren beziehungsweise nicht zu reflektieren, sich dafür zu entscheiden, dass man eben anscheinend kein schlechtes Gewissen hat und so weitermacht, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ja, ich glaube, das war das Wort zum Sonntag, beziehungsweise, ne, Samstag kommt das Wort zum Sonntag, ne? Also war das das Wort zum Sonntag. Ja, würde ich mal so sagen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von euch, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Liebe euch, tschüss!